Ja, herzlich willkommen! Heute mit einem Video zum Umgang mit destruktiver Kritik. Als Sozialarbeitsfachkraft sind wir oftmals ungebremster Kritik ausgesetzt. Sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen! Ob das jetzt von Klientenseite kommt oder von Kollegen, Kritik zu geben, ja, lernen wir oftmals nicht wirklich in unserem Berufsalltag. Da wird irgendwas ungebremst rausgehauen und wir als Fachkraft müssen lernen, damit umzugehen. Wir können dann sagen, ja, übe bitte konstruktive Kritik. Das ist auch ehrbar, muss man echt sagen, dass man das immer wieder sagt. Aber ganz viele Menschen transportieren ja mit ihrer Kritik einfach, ja, was anderes, was vielleicht gar nichts mit uns zu tun hat. Und doch ist es Kritik. Junge, wir leben in einer Welt voller Mauern und diese Mauern müssen von Männern mit Gewehren beschützt werden. Meine Erfahrung im Sozial- und aber auch im Bildungsbereich ist so, dass destruktive Kritik die wenigsten Fachkräfte gegenüber Fachkräften direkt aussprechen. Zwischen Klienten und Fachkraft ist es oftmals so, dass da halt einfach rausgehauen wird. Das ist dann auch nicht sachlich, da ist vieles emotional gefärbt. Also destruktiv, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also nicht der Sache dienlich. Ja, im Arbeitsalltag sieht es oftmals so aus, dass man Kritik, auch destruktive Kritik, nach der eigentlichen Aktion viel verspäteter eigentlich bekommt. Oftmals per Post, per E-Mail. Man kriegt eine Nachricht von einem Kollegen, vom Chef und so weiter. Das heißt, die Zeit von der Aktion, also wo man vielleicht irgendwie einen Vortrag gehalten hat, einen Workshop gegeben hat oder vielleicht einfach nur in einer Gruppe da war, ist schon wieder, ja, einige Zeit verstrichen. Wie gehen wir jetzt aber sachlich, fachlich und, ich würde es einfach mal sagen, smart mit diesen Geschichten um? Ich möchte euch heute, ja, ein paar Tools an die Hand geben, wie ich das mache, wie ich mit Kritik umgehe, wie ich, ja, mit destruktiver Kritik umgehe und möchte euch einfach kurz mitnehmen. Ja, ich bin hier bei mir im Büro. Hier ziehe ich mich immer wieder hin zurück, wenn, ja, wenn ich Kritik ausgesetzt bin. Das ist einfach nur ein Raum, der einfach still und ruhig ist. Ich lese mir da oder schaue mir die Kritik nochmal an, lasse irgendwie nochmal so durchfließen. Aber nicht immer gibt es solche Räume. Die erste Reaktion bei destruktiver Kritik ist Verteidigung. Bapapapapapam, wir schießen zurück. Ich nenne es gern das San Francisco Prinzip. In San Francisco gibt es an den Hügeln, gibt es diese S-Bahnen oder diese Straßenbahn, wo man aufspringen kann und wieder aussteigen kann, wenn man an einen Zielort angekommen ist. Und so passiert es bei einer destruktiven Kritik auch, wenn wir auf diesen Zug aufspringen. Wir fahren da eine Zeit lang mit und können auch wieder aussteigen. Nur die Richtung geben wir nicht vor. Wir geben auch nicht die Geschwindigkeit vor. Wir können lediglich aufsteigen und wieder aussteigen. Das ist das Einzige, was wir machen können. Der Zug gehört dem Kritiker. Der steuert diesen Zug. Wie schnell er fährt, wie ruckelig es wird, ob er ständig startet und stoppt und ruckelt und sonst irgendwas macht. Wir können nur gehen oder mitgehen. Okay. Ja, die zweite Reaktion. Die zweite Reaktion ist sehr häufig, man glaubt es. Man glaubt diese destruktive Kritik. Man nimmt es auf und sagt sich, hey, stimmt, das und das habe ich vergessen, so habe ich gehandelt und so weiter. Man glaubt dieses, ja, negativ oder dieses destruktiv rübergebrachte Kommentar und nimmt es in sich auf. Was dann passiert, sind häufig Handlungsmuster, die man aus seiner eigenen Biografie kennt. Das sind Handlungsmuster, die einen erfolgreich bisher durch solche Situationen gebracht haben. Ich habe in der Vergangenheit bei Kritik, ob das die leiseste oder auch laute Kritik war, ja, immer eins gemacht. Ich habe mich weggebeamt. Ich habe getrunken. Ich habe mir ganz früher eine Nadel in den Arm gerammt. Wenn es Kritik hagelte an mir, an der Sache, die ich gemacht habe, ich habe das nicht ausgehalten. Dann habe ich gedacht, hey, interessiert mich nicht. Ein Schluck weg und gut ist. Man spürt sich dadurch nicht mehr, man spürt die Kritik nicht mehr. Man fühlt sich werter, als man es vorher getan hat. Das ist ein Handlungsmuster, das ganz viele von uns kennen und die nicht immer nur in Drogen- oder Alkoholexzessen enden, sondern das sind diese, ja, das Scholle am Abend, das leichte Bier am Mittag, wenn man einen stressigen Tag hatte und eben so eine destruktive Kritik für sich einfahren lassen musste. Es ist egal, ob Sie dann anfangen, irgendwie viel zu essen, ob Sie viel zu kaufen wagen, nur um dieses Gefühl der Kritik nicht in sich aufzunehmen. Ich möchte Ihnen jetzt drei kleine Schritte zeigen, wie ich aktuell mit destruktiver Kritik umgehe. Auch in meinem Leben als Dozent, als Referent oder wo auch immer gibt es immer wieder Kritik. Ich bin nicht perfekt. Und das ist der Satz, ja, der für mich über allem steht. Ich zeige euch, wie ich das mache. Ja, der erste Schritt ist, man muss natürlich wahrnehmen, dass diese erste Verteidigungsreaktion kommt und man muss sich zurückhalten. Das heißt, unterdrücken Sie diesen ersten Impuls, sich verteidigen zu wollen. Atmen Sie tief durch. Ich mache das so drei, vier Mal. Atmen, auch wenn ich jetzt nicht der Meditationsexperte bin, aber ich habe gemerkt, dass Atmen mich ruhiger macht. Drei, vier Mal tief durchatmen und es hilft schon mal ein bisschen. Dann ein alter Trick von, ja, aus Suchteinrichtungen, so hat man es mir auf jeden Fall mal gezeigt. Trinken Sie einen Liter Wasser. Stilles Leitungswasser, muss nicht kalt sein, einfach so, wie es aus dem Hahn kommt, möglichst auf Ex. Dieser Liter, den schaffen Sie nicht unbedingt, Sie müssen sich da auch nicht einen abquälen, aber dieser Liter Wasser erzeugt natürlich ein Völlegefühl. Und dieses Völlegefühl in einem beruhigt einen ganz oft. Suchtkranke oder besonders Alkoholiker machen das. Um den Suchtdruck zu lindern. Auch so dieses, ja, impulsgesteuerte Verlangen, etwas zu tun. Ja, als nächstes holen Sie sich drei Blätter DIN A4 Papier. Ich nehme da immer so ganz normales Standardkopierpapier. Okay, auf dieses Kopierpapier schreiben Sie Ihren Namen. Oder halt, wie Sie auch immer wieder heißen. Obendran mache ich immer so einen Haken für die Blickrichtung. Also damit ich einfach weiß, wohin schaut diese Person. Als zweites schreiben Sie drauf die Kritik. Also welche Kritik Sie erhalten haben. Herr oder Frau so und so war im Seminar, keine Ahnung, nie körperlich anwesend oder so irgendwas, oder nie geistig anwesend. Also ich nenne das jetzt einfach mal die Kritik. Auch hier so einen kleinen Haken oben drüber. Und zum Schluss noch der Name der Person. Also die Person, die kritisiert. Auch hier wieder einen Haken oben drauf. Und fertig. Also ich habe das jetzt hier einfach mal hingelegt auf dem Boden. Das heißt, das wäre jetzt zum Beispiel hier mein Name oder mein Blatt. Dann habe ich hier, muss ich mich mal kurz umdrehen. Die Person, die die destruktive Kritik ausgesprochen oder geschrieben hat. Und das ist die Kritik. So, wir haben jetzt hier also eine kleine, minimale, systemische Aufstellung. Ja, und hier wird es jetzt für viele Leute ein bisschen ungewöhnlich. Und die meisten wissen eigentlich gar nicht, was sie jetzt hier irgendwie tun sollen oder was sie nicht tun sollen. Das Wichtigste ist, sie müssen erstmal gar nichts tun. Stellen Sie sich auf diese einzelnen Blätter drauf. So mache ich das immer. Ich stelle mich auf mein Blatt drauf, auf meinen Namen. Sagen wir dann immer so, okay, ich bin jetzt hier erstmal der in dem Raum. Gar kein, ich fühle mich erstmal in meinem Körper wohl. Und gut ist. Und dann schaue ich so, ja, jetzt in diesem Fall runter. Und sehe vielleicht dieses Kritikblatt von mir mit, wo die Kritik draufsteht. Ich persönlich mache dann immer die Augen zu und spüre dahin, okay, wie ist diese Kritik so nah bei mir. Ist die überhaupt richtig? Okay, fertig. Mehr, kein Hokus-Pokus, keine Räucherkerzchen oder sonst irgendwas, kein besonderes Licht. Sie gehen wieder vom Zettel runter. Dann mache ich das irgendwie so, ich wechsle die Position und stelle mich auf diese Person drauf. Wieso? Und was muss man da machen? Ich erkläre das meinen Klienten ganz oft so, dass bei so einer Aufstellung, es geht nicht um jetzt irgendwelche komischen Felder oder es führt alles irgendwie zu weit, sondern gehen sie drauf und spüren sie wie ein Schauspieler, wie ein Theaterspieler, der nicht nur eine Rolle spielt, sondern der wird diese Person. Der setzt sich oder die setzt sich damit auseinander, der Schauspieler, wie, was ist das für eine, was hat die Person für Eigenheiten, wie riecht die, wie geht die, wie spricht die, was hat die für eine Biografie und so weiter. Und so gehen sie auch auf die Person mit ihren Informationen, die sie bisher über diese Person haben. Sie haben die vielleicht irgendwo getroffen, sie waren in einem Workshop, sie waren, das ist vielleicht ihre Kollegin oder ihr Kollege. Sie wissen so ein paar Rahmendaten und machen sich da davon so ein Bild und mit diesem Bild stellen sie sich da drauf und spüren da mal so wirklich hin. Diese Person, die diese Kritik in der Hand hält und sie ihnen überreichen möchte, was ist mit dieser Person, wie fühlt die sich an? Was denkt die? Geht es da bei dieser Kritik um sie oder an wen ist diese Kritik eigentlich gerichtet? Wenn sie diesen Schritt gemacht haben, stellen sie sich vielleicht zur Kontrolle einfach mal auf die Kritik, also auf den Satz drauf, den diese Person ihnen ja auch erzählt hat. Wie fühlt sich das an? Ist es überhaupt stimmig? Ist es die Kritik, die zu ihnen überhaupt passt? Passt sie zu dem Seminar, zu der Tätigkeit, zu der kritisierenden Situation? Passt es überhaupt? Ja, wenn sie mit so einer kleinen minimalen Aufstellung mal so ein bisschen hingespürt haben, wie sich ihr Gegenüber, der Kritiker oder die Kritikerin vielleicht fühlt, was ist das für eine Person, werden sie meines Erachtens in 99% der Fälle feststellen, dass diese Kritik nichts mit ihnen zu tun hat. Das konnten sie vorher sich vielleicht erdenken, dass diese Kritik nichts mit ihnen zu tun hat, aber ich finde, es ist einfach eine gute Methode, in ein paar Minuten einfach nochmal kurz runter zu kommen, hinzuspüren, zu überlegen, hey, was ist das eigentlich für eine Person? Was ist das für eine Kritik? Also warum triert die vielleicht auch bei mir irgendwas an? Ich merke, je öfter sie so Sachen machen, und das sieht erstmal ein bisschen komisch aus, aber je öfter sie das machen, je mehr gewinnen sie irgendwie Vertrauen bezüglich ihrer eigenen Gefühle, der Emotionen, die da hochkommen und manchmal auch der inneren Bilder oder der Farben, die sie da bekommen. Und wenn sie da schon vielleicht auf so eine Person stehen und ihnen tun auf einmal die Füße, die Knie weh oder die Schultern oder sie fühlen sich auf einmal so, dass sie irgendwie so geduckt gehen oder stehen müssen, gehen sie runter und schauen sie, was passiert da, wenn sie von diesem simplen Kopierpapier runtergehen. Ändern sie vielleicht auch mal die Position der Blätter und legen sie mal weiter, mal näher hin und überprüfen sie, ja, so ein Stimmungsbild oder eher so ein Spürbild, so ein Inneres für sich. Ja, und zu guter Letzt noch die Vier-Finger-Methode. Vier Finger, ganz einfach, wenn Kritik laut wird, dann zeigt man auf jemanden mit einem Finger. Und das Interessante ist, drei Finger gehen immer in die Gegenrichtung. Für diese drei Finger, die man gegen sich zeigt, habe ich mir so eine Methode überlegt, für jede destruktive Kritik, die ich bekomme, für diesen Finger, schenke ich drei Komplimente an Freunde, Bekannte oder Kollegen. Das heißt, ich wechsle meinen Fokus weg von der destruktiven Kritik hin zu einem Kompliment oder zu einer konstruktiven Kritik für Freunde oder Kollegen. Das heißt, mein Fokus geht vom Negativen hin zum Positiven. Ja, das waren jetzt so die drei Schritte, wie ich mit destruktiver Kritik wirklich jedes Mal umgehe. Das heißt, versuchen Sie nicht zurückzuschießen, gehen Sie, lehnen Sie sich nochmal zurück, atmen Sie tief durch, holen Sie sich einen Liter Wasser, trinken Sie den als ersten Schritt. Als zweiten Schritt machen Sie so eine kleine Minimalaufstellung, gucken Sie mal, stimmt es überhaupt, was will der Gegenüber, wie fühlt er sich an, wie spürt er sich, was ist da los, kriegen Sie da so ein Spürbild für sich. Und als letztes lenken Sie Ihren Fokus, Ihre Perspektive auf etwas Positives, geben Sie drei Komplimente ab. Wenn Sie zwei Kritiken gekriegt haben, geben Sie sechs ab. So einfach ist es. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen Einblick geben, wie ich mit Situationen umgehe. Danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bis nächstes Mal. Dankeschön.